Julli ist das, Ray, was? Kollege von mir, Homie. Na Jungs, wird das ein No-Town-Ding? Nee, ich glaube Chris wird eher so ein Stadt-Ding. Das wird ein Win auf jeden Fall, Jungs. Das weiß ich. Hast du jetzt die 5.000 Kommen oder ist der Schuh weg? Nee, nee, der ist komplett weg. Echt jetzt? Ja. 100 Leute. Get my full. Achso. Ich brauch Hilfe. Sie landen viele Leute auf mich. Aber ich habe hier wenigstens die Kurde geklaut. Nice. Was macht denn hier, hä? Ich habe ja schon gesagt, warte mal, das ist mein Internet auf jeden Fall. Wir müssen gewinnen. Ich wollte für euch wieder Kurde annehmen, aber er hat nicht ganz so gut geklaut. Na geil. Oh Mann. Ich habe jetzt zwei Teams gemacht, der Julli. Full Teams. Ah, jetzt wieder gar der Gulag hier. Was ist der Plan, Leute? Äh, hier. Das ist der Plan. Ich nehme an, ich kill das Team bei Ausstelle und wir haben direkt Corona fertig. Gut. Gut Play. Hey. Haha. Ein Trupp-Misglied wurde in den Gulag geschenkt. Ah, ich spiel gegen Bombing Hing-Hong. Ness. Ein Trupp-Misglied wurde als Platt im Spiel markiert. Schalte Feinde aus und sichere Vorrats. Also die Waffe ist wirklich die schlechtste Waffe, die es gibt in Borsa. Welche Sidewunder? Diese MTZ 5, 6 oder so. Ne, die ist halt in der Zimmer. Das kann auch sein, ja. Aber danach kommt die, ja. Guck mal, guck mal, guck mal. Ist das Kaiser? Ja, das ist Kaiser. Aber alter Mann. Digga. Jungs, ihr versteht nicht, was hier gerade passiert ist. Ihr versteht es nicht. Ich schwöre, es ist... Digga, ich schlag diesem Typ zweimal auf die Fresse. Er hat keine Platten. Er stirbt nicht. Ich sterbe dadurch. Es ist so schön. Es war sogar der letzte. Aber fast geklappt ist mit der Krone, Juli. Auf deutsche Ping hätte ich ihn. Ich meine, ich muss noch mehr, ich muss noch mehr Bizeps trainieren. Man. Stark, Jungs. We're back. Ich bin bei Milan. Kannst du lachen. Ich hab da noch was mit ihm zu klären. Okay. Nimm und schiebe sein Geld jetzt. Nimm mir jetzt dein Geld. Mach auf der. Ach, bitte. Ach. Aber warum schießt du auf mich? Warum schießt du auf mich? Weil ich dein Geld will. Ja, warum willst du mein Geld? Gib einfach. Nö. Oder gib mir eine Platte. Da gib mir eine Platte. Brauch 500. Korrekt. Danke, dass du mir eine gibst. Wenn du mehr als drei jetzt hast. Ah, okay. Hab nichts gesagt. Ich mag dich. Guter Mann bist du. Chris, brauchst du Hilfe da? Alles leuchtet rot. Nein. Naja. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Versteht ihr das? Hä? So. Oh mein Gott, lach den Jagen, bitte flieg den, ich flieg den mit der, guck mal, du kleiner Drecksack. Jagd den Sagen. Oh mein Gott, er hat mich einfach. Seine Mates. Einer ist weak. Einer ist knock. Und der Bridge. Leider keiner selbst, ne? Ich seh das. Hier snipet einer. Und irgendwo. Klein. Der hatte hier ein Gulag noch, wenn es der braucht. Da war es Persönliches, Jungs, sorry. Von oben rechts, äh links. Ich seh es. Ich glaube, der Bruder hat ein 360 probiert, ja? Hast du Kassel? Nein, Alter. Müsst du ja gleich kommen. Da bin ich ja mein Kopf, der zu zauern braucht, der BP. Ohrhaut. Das wurde gesprungen, aber da nicht. Ich geh zu hoch. Ist gut. Hey, ich kille Wetter gerade noch. Ja, aber mein Stream ist komplett down. Geht einfach bei Sergen gucken oder bei Mojo. Sagen. Oh, die Ban. Mojo sagen. Dööö. Auf der Sicherheitszone. Oh. Oh, was soll das denn? Ich kann es jetzt nicht ändern. Oh, der landet da auf dem Kran die ganze Zeit. Ich bin auf der Baustelle. Ich konnte schon mal hoch. Verstanden. Alter, was geht da bei euch ab? Ja, ich geh da nochmal hoch. Das ist ja Full House. hat er den kracher kassiert wo sind wir hier habt ihr die oben da geholt alle ich glaube alle sind dort hier vorhaut ist live wenn ich gekillt habe das irgendwie live ich habe auch noch hier mit zwei teams glaube ich du machst das schon julie du bist der greatest keine muni mehr so gut gerade dann ober eine smog noch die sichtung sind die bei dir die kommen was passiert denn hier oben heiliger nicht genau wo die sind ein team ist gut als das schlecht aber ja er auf der seite müssten ja nicht laufen so quasi jetzt vor mir hier was macht er hier hast du es mein paar monaten ich dachte gerade hier was war das denn ja da sind die du bist zu spät ich glaube du musst laufen ich habe wieder kurz dann sind die weitergelaufen ob sie sich gefeiert haben also ist ja gar nichts mehr danke wo muss die hand an meinem bruder irgendwie irgendwas man jetzt haben die mein zeug du kannst hier landen hier ist alles sagen und spaß also wirklich alle waffen die wir haben willst aber ich will die da vorne kleppen ist jemand noch am shop ja mein bro kannst du ganz kurz mir eine chance geben ja ok weil ich werde jetzt was ausprobieren und da ist einer drin rechts in dem tunnel oder wie man es nennt wir sind hier chris nein sehe ich habe mich gesehen er hat mich aber gesehen oh mein gott aber die sind nicht schlecht glaube ich er ist so ein one shot gewesen der andere no way ich habe so ein wieder einstiegsding die sind hier ah die sind unten also maybe brauche ich Hilfe Digger ich bin ja safe dad oder ich wurde gesniped oder ich wurde gesniped die andere sind da oben und die snipen da lege munition ab das ist krank schon wieder er schießt mich echt ein bisschen meine feste man 2 noch krieg kein kill ist so geil boah liebe das ist wirklich so geil in der platten sägen kannst du mir eine droppen vielleicht ja warte korrekt boah ich schaffe geil einfach geil danke an das team was wieder nix damit zu tun die kommen jetzt raus irgendwie vor dir vor dir direkt ja jungen verstanden nice come on oh man der hätte ich echt nicht sterben sollen ohne spaß der war so in der ecke schon wieder macht er auch eigentlich nicht schlecht dass ich da einfach hinleg weil er hätte ich ihn niemals prediktet aber ich habe ihn dann gesehen und wenn ich hinter die ecke komme dann tötte ich ihn glaube ich ja schade 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 mir nix geistern also jetzt lag es wirklich nicht mehr also schon seit ein paar minuten eigentlich nicht mehr zumindest bei mir nicht ich sehe es ja wenn es lag wegen dem internet da finde ich mich aber nicht bruder du blickst da so oben viel bruder ja warte kurz warte 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 noch gleich nicht mehr jetzt bin ich fein jetzt bin ich okay kommen die kommen die zu mir zu mir kommt keiner jetzt kommen die ja doch ja ich vergesst es scheiß drauf ich habe gulag noch ne jungs meint jemand ne jungs fickt mich weil ich einen großen kopf habe das glaube ich nicht das wäre beinahe mein tod gewesen ne macht wirklich bock wieder geil random nades kriege ich ab ich möchte manchmal wissen woher die das wissen dass ich in der ecke sehe bravo dankeschön für die zwei verschenken mein brodi dankeschön liebe 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 zu später stunde dankeschön dummer nein nicht mach bravo ich wirst gu Broad guber wirklich gut Schweizer also wir werden so geholdet hier von rechts glaube ich ja schön wäre da keine waffen mehr schade jetzt bitte mich jetzt einfach mal nicht durch den smoke knocken wie geil wäre das korrekt ihr müsst da irgendwie gleich auf die schießen die sind dann direkt vor euch hier ist noch eine musikskiste ich versuche was zu pingen seit wenn du den fast lowers der hat schon jetzt bekommen ich werde von woanders komplett smoke city wer nach links sagte ja wird schon sagen so schlimm sind die close jetzt sind wir eigentlich kutsche erst mal wenn die hier nicht mehr sind das ist ja ein bisschen dumm sind hier vor uns im haus noch recht fast recht 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 hinter uns hinter uns das war das team sind so tot gefickt noch eine flare hier nehmt ihr die mal mit noch smokes und so nimmt man alles gold ne maske hier auch kann sein dass hier noch irgendwo was ist klaus markiert die maske wer ist am shop hier der ist vor dem haus drin alles oben alles oben alles oben nes nes oh mein gott oh mein gott hier vor mir oben schießen die natürlich wieder auf mich die alle die tankstelle heute eine maske so schön hinter die gelaufen einer landet auf low die ja ich seh es da wollen wir die piste gehen mein gott wird von woanders angeschossen das ganze team seht ihr oder what the fuck wo werde ich gerade so gelasert die sind die sind komplett krass da beim haus die haben wirklich crazy shot der geht an low die pass auf mein gottes game ist so bad manchmal wirklich richtig gut am haus bisschen erst jetzt auch ich konnte nicht mal denken ich konnte nicht mal wissen ja wenn jetzt viele leute reinkommen machen die so viele kills die machen so viele kills jetzt im haus die haben zu guten spotter am haus die gruppe und die ganze zeit zu mehr die ekligen alter da sind dann gut gelandet zwei die die sich gegenseitig christ als zu weit oder sehe ich gar nicht 8 scheiße über mir sind ja so viele ich muss nicht auspushen sonst sterbe ich von den werden die 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 und das in den wo 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 ist wo wo Leistung es sind drei stück es sind drei stück aber die war nicht so krass wirklich ja wir stehen vor mir sind halt welche direkt vor mir die haben auch beste pose der liegt da der liegt da links rechts rechts kommt ich da noch vor mir vor mir julie am stein am stein auch gut ich mache es jetzt doch perfekt alles gut ich will noch mit dem arschfick wurde kurz mit der wende gesetzt ich musste was passiert wir stehen mein freund lieber back to back to back ich gehe jetzt auf jeden fall so schlafi machen die runde firma ausgegangen das ding ist schon ist schon spät ja ich mache ich mache noch eine ich mache noch eine runde